Bei den 19. Olympischen Sommerspielen 1968 in Mexiko stattfanden 36 Wettkämpfe minus davon 24 für Männer und 12 Frauen minus in der Leichtathletik statt. Bedingt durch die Höhenlage von Mexiko-Stadt wurde eine Reihe von Weltrekorden verbessert. Insgesamt nahmen 1031 Sportler aus 93 Nationen an den Leichtathletik-Wettbewerben teil. Männer 100 Meter Finale am 14. Oktober 200 Meter Finale am 16. Oktober 400 Meter Finale am 18. Oktober 800 Meter Finale am 15. Oktober 1500 Meter Finale am 20. Wegen einer Erkrankung am Pfeifferdrüsenfieber war Weltrekordhalter Rion verspätet in die Saison gestartet. Auch die Höhenlage von Mexiko-Stadt machte es schwierig, einen Favoriten zu bestimmen. Auf der ersten Hälfte schlug Kainos Lanzwan Benjejo ein extrem hohes Tempo ein. Zu Beginn der vorletzten Runde übernahm Kaino die Führung mit Tümmler, Norput und Wetton im Schlepptau. Während Rion mehr als drei Sekunden zurücklag. Der US-Amerikaner schloss zwar bis zum Beginn der letzten Runde die Lücke zu den drei Europäern und überholte sie danach eine nach dem anderen, konnte aber nicht mehr den Sieg des Kenianers gefährden. 5000 Meter Finale am 17. Oktober 10.000 Meter 14. Oktober Marathon 20. Oktober 20 Kilometer gehen 14. Oktober 50 Kilometer gehen 17. Oktober 110 Meter Hürdenfinale am 17. Oktober 400 Meter Hürdenfinale am 15. Oktober 3000 Meter Hindernisfinale am 16. Oktober 4 mal 100 Meter Staffelfinale. Fusperry blieb mit dem nach ihm benannten Flop fehlerfrei bis 2,22 Meter. Stabhochsprung Finale am 16. Oktober Weitsprung Finale am 18. Obwohl wegen der Höhenlage von Mexiko-Stadt ein Weltrekord erwartet wurde, rechnete niemand mit einem solchen Riesensatz. Wie er Beeman im ersten Versuch gelang. Zu weit für die fest installierten Messgeräte. Aus den Katakomben musste ein normales Maßband herbeigeholt werden. Beeman hatte den Weltrekord um verbessert. Und seitdem gelangen lediglich Mike Powell mit 8,95 Meter und Carl Lewis mit 8,91 Meter bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1991 weitere Sprünge. Drei Sprung Die ersten fünf des Weltkampfs übersprangen alle den alten Weltrekord von Joseph S. Z. mit. Insgesamt wurde der Weltrekord während des Olympischen Wettkampfs fünfmal von den drei Medaillisten verbessert. Gentile 17,10 Meter im Entkampf. Gentile 17,22 Meter, 17,23 Meter Saneyev, 17,27 Meter Prudentio und schließlich 17,39 Meter Saneyev. Finale am 17. Oktober Kugelstoßen Finale am 14. In der Qualifikation stellte Ren Diematschsen mit 20,68 Meter einen Olympischen Rekord auf. Diskuswurf Finale am 15. Oktober Hammerwurf Finale am 17. Oktober Speerwurf Finale am 16. Oktober 10 Kampf 18. Und 19. Oktober Frauen. 100 Meter Finale am 15. Oktober 200 Meter Finale am 18. Oktober 400 Meter Finale am 16. Oktober 800 Meter Finale am 19. Oktober 80 Meter Hürden Finale am 18. Oktober 4 mal 100 Meter Staffel Finale am 20. Oktober Hochsprung Finale am 17. Oktober Weitsprung Finale am 14. Oktober Kugelstoßen Finale am 15. Oktober Kugelstoßen Finale am 20. Oktober Diskuswurf Finale am 18. Oktober Speerwurf Finale am 14. Oktober 5 Kampf 15. Und 16. Oktober vollständiger Medaillenspiegel.